Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Heute mal etwas anderes, nicht direkt mit inhaltlichen Spielsachen, die ich jetzt euch erzählen will. Und zwar gibt es demnächst ein paar Spielfiguren von Apex Legends zu kaufen. Ihr kennt vielleicht diese Funko-Figuren. Ich kenne mich mit diesen Figuren jetzt selber nicht so aus. Ich weiß zum Beispiel, dass es aus verschiedenen Serien wie The Walking Dead so eine Hauptfiguren als Charakter gibt. Oder von meinem Favorite, Stephen Kings S., die Pennywise-Figur zum Beispiel. Da gibt es so eine Mini-Spielfigur. Am 31. Oktober pünktlich zu Halloween gibt es acht Apex Legends Figuren. An der Zahl, das sind erstmal die Starter-Legenden, also alle, die seit Start von Apex Legends dabei waren. Es fehlen lediglich Watson und Octane, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Ich möchte euch alle jetzt mal einblenden vorab. Bei Amazon, wie gesagt, jetzt schon vorbestellbar. Kosten zwischen 20 und 22 Euro. Sehen absolut geil aus. Fangen wir hier direkt mal mit Bangalore an. Ich finde im Allgemeinen, dass alle Figuren richtig cool gelungen sind. Auch wenn Bangalore nicht so meins ist, sieht das auf jeden Fall sehr, sehr stark aus. Die nächste Legende wäre Gibraltar. Auch super gut gelungen. Also ich finde, alle Legenden sehen richtig geil aus. Einer meiner Favorites ist natürlich der Pathfinder. Der ist Ultra, der hebt sich halt von allen Figuren am meisten ab, weil es eine Roboter und keine menschliche Figur ist. Dann haben wir den Caustic, der auch richtig cool gelungen ist. Was mir hier fehlt, was ich bei dem cool gefunden hätte, wenn vielleicht noch so eine Art Caustic-Falle dabei wäre. Warum? Das soll jetzt kein Mangel sein oder so. Aber ihr seht jetzt nämlich hier Lifeline. Und Lifeline in der bekannten Pose aus dem Banner, wo sie sich auf ihre Heildrohne stützt. Deswegen hätte ich das vielleicht gar nicht so schlecht gefunden, wenn man von Caustic vielleicht noch so eine Gasfalle mit reingeknallt hätte. Spielt aber nichts zur Sache. Die Figur sieht trotzdem geil aus. Kommen wir zu Wraith. Einer meiner Favoriten mitunter. In der bekannten Pose, wie sie so dasteht mit dieser geöffneten Hand. Sieht ultra, ultra geil aus. Übrigens vorab, die meisten Bilder, sechs davon an der Zahl, habe ich leider nicht ganz perfekter Qualität hier reinbasteln können. Lediglich der Bloodhound, der jetzt kommt und gleich noch der Mirage. Die sehen von der Optik her am besten aus von der Bildqualität. Das bitte ich zu entschuldigen. Leider hat es nicht besser funktioniert. Der Bloodhound sieht natürlich vom Detail mit dem Helm und dem ganzen Spaß am geilsten aus. Finde ich vom gesamten Bild. Und der Mirage, den darf man natürlich nicht vergessen. Der ist auch richtig cool geworden. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mir einer der Legenden zulege. Also ein, zwei werde ich sicherlich mir mal kaufen. Die werde ich mir hinten irgendwo in die Ecke stellen, damit man die auch schön sieht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn die rauskommen, wie die in echt aussehen, wie groß die sind. Ich kenne mich, wie gesagt, mit diesen Figuren nicht aus. Haut gerne mal in den Kommentaren raus, ob euch diese Sache interessiert, ob ihr das cool findet. Ja, nein, vielleicht. Welches ist eure Lieblingsfigur? Das würde mich auch mal interessieren, ob ihr zugreift, euch selber welche bestellt, ob ihr euch alle bestellt und so weiter. Lasst euch in den Kommentaren gerne aus, würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Lasst natürlich dem Video einen Daumen da und ein Abo, wenn ihr neu seid. Bei mir gibt es regelmäßige Apex Legends Info, Update Videos, Livestreams und so weiter. Das war's von mir. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.